So heute werden wir etwas ganz anderes machen und zwar einen Städtetrip erst mit der Bahn und dann mit dem Schiff wo es hingeht das verrate ich euch später Tja nun wir hier bei unserer Reise sind wir auf dem Schiff angekommen auf der Carlaser Fantasy So dann werden wir sehen, werden wir gleich ablegen was hier los ist so Musik Musik Ja, Moin Wir haben es jetzt 7 Uhr Und ich denke mal, wir haben schon Oslo erreicht Also den Oslo Fjord Ich zeig dir mal ein paar ganz gut an die Brüder Ich zeig dir mal ein paar ganz gut an die Brüder Musik Musik Mührung Lagerungen Musik Es geht um zurück zu dem Flugzeug vor 1.45 Uhr. Wir möchten all unsere Gäste bedanken, dass wir heute mit uns reisen. Und wir hoffen, dass wir uns heute wieder willkommen willkommen sind. Tja Leute, dann sind wir hier am Holmköln. Aber leider ist heute so eine schlechte Sicht. Ich zeig dir gleich mal ein paar Bilder. Musik 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 Man hat 5,2 Millionen Einwohner insgesamt in Norwegen bei einer Fläche, die vergleichbar ist mit der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Bis in die 70er Jahre hinein war Norwegen ja ein sehr armes Land und die meisten waren auch irgendwie Selbstversorger und es gab viele Bauern und Fischer. Wenn man sich aber das Land so anschaut, auch immer hier rechts und links sieht man, dass viel Felsen, der bewachsen ist, aber das Land natürlich schön grün macht. Okay, stop! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 tja das war nun die stadtrundfahrt durch oslo war so nicht schlecht aber halt ein bisschen zu kurz ist die ganze geschichte so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Leute, wir sind jetzt wieder kurz vor Kiel und das war unsere Reise. Mal sehen wir euch das nächste Mal können.